Hallo liebe Modellbahnfreunde, ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu einem neuen Lok-Test. Die Lok, die wir heute testen, ist bekannt unter dem Spitznamen ELI. Und ELI wird die E77 liebevoll genannt von den Vereinsmitgliedern der IGBW Dresden-Altstadt. Im Jahre 1922 legten die aus dem Zusammenschluss der Deutschen Länderbahnen hervorgegangenen Deutschen Reichseisenbahnen ein bislang beispielloses Beschaffungsprogramm für elektrische Lokomotiven auf. Hintergrund waren die Elektrifizierung der bayerischen Hauptstrecken und die Wiederaufnahme und Ausweitung des elektrischen Zugbetriebes in Mitteldeutschland. Der neue ELOG-Typ sollte auch aus wirtschaftlichen Gründen nach einheitlichen Gesichtspunkten gebaut werden. Dabei sollten sie für den leichten Güterzugdienst, aber auch aus Umlaufgründen ebenso im Personenzugdienst eingesetzt werden. Die neu konstruierte E77 erfüllte im vollen Umfang diese Bedingungen. In den Jahren 1922 und 1924 bestellte die Deutsche Reichsbahn insgesamt 56 Lokomotiven dieser als E77 bezeichneten Lokbaureihe. Der dreiteilige Lokkasten ist mit Faltenbelken untereinander verbunden. In den beiden äußeren Kästen befinden sich außer den Führerständen je ein ca. 1,70 Meter großer Fahrmotor und im mittleren Kasten der Transformator. Die vier Treibradsätze werden vom Motor über Zahnrad, Vorgelege und Treibstangen bzw. Kuppelstangen angetrieben. Diese aus der Dampfloktechnik entlehnten Antriebsformen mit Stangen und einem riesigen im Lokkasten fest aufgestellter Fahrmotor entsprach damals dem Stand der Technik. Stationiert waren die 65 kmh schnellen Maschinen in Bayern sowie in Mitteldeutschland. Das vorliegende Modell, was wir heute testen wollen, liegt uns in Gleichstrom als Analogmodell vor. Die Ausstattung wird wie folgt beschrieben. Das Spitzenlicht ist in Fahrtrichtung wechselnd. Alle Achsen sind angetrieben, wobei auf zwei Achsen Haftreifen vorhanden sind. Angetrieben wird das Fahrzeug über einen 5-poligen Motor. Die Kupplung besteht aus einem Normschacht nach NEM 355. Außerdem besteht die Möglichkeit, das Fahrzeug auf Oberleitungsbetrieb umzuschalten. Dann besteht die Möglichkeit, dieses Analogmodell auf Digitalbetrieb umzurüsten. Wobei wir keinen Steckdekoder haben, sondern der Dekoder muss entsprechend angelötet werden. Brava wirbt ja bekanntlich, liebe Modellwandfreunde, mit dem Slogan mit Liebe zum Detail. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, ob das auch hier bei diesem vorliegenden Modell wieder gelungen ist. Die Hauptmaße, Länge über Puffer des Fahrzeugs sind 103 mm. Das verwendete Material, das Fahrwerk besteht aus Zinkdruckguss. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Und die Griffstangen an dem Fahrzeug sind extra angespritzt worden. Der Antrieb, Kraftübertragung, wir hatten es vorhin schon gesagt, über einen 5-poligen Motor mit Schnecke und Stirnrad. Angetriebene Achsen 4, Haftreifen 2. Die Stromabnahme erfolgt über alle Räder. Zum Gleislauf, das Fahrwerk besteht aus einem 3-Punkt-Fahrwerk. Das Radprofil besteht nach NEM und der Spurkranz beträgt 0,9 mm. Die Kupplung, die hier ausgeführt ist an dem Modell, ist in einem Normschacht nach NEM ausgeführt. Und der Mindestradius, oder sagen wir mal besser gesagt, der kleinste Radius, beträgt 192 mm, den diese Lok durchfahren kann. Die Beleuchtung ist ausgeführt in einem 3-Licht-Spitzensignal und in Fahrtrichtung wechselnd. Eine digitale Schnittstelle ist ebenfalls vorhanden als Löt-Schnittstelle. Zur Ausführung an dem Fahrzeug selbst. Wenn wir uns die Bedruckung anschauen, die ist sehr gelungen, sehr trennscharf und auch entsprechend der Nummernzuordnung der Dokumotive auch sehr richtig gemacht. Die Gravuren, neben den Fenstern, ebenfalls sehr exzellent und trennscharf ausgeführt. Das gleiche trifft für die Dachaufbauten. Auch im Frontbereich ist die Maschine absolut exakt dem Vorbild nachgestellt worden. Der Bereich der Räder. Ebenfalls haben sich hier die Brava-Leute wieder sehr, sehr viel Mühe gegeben, aufgrund der Größe auch wirklich annähernd das hinzukriegen, was die Lokomotive im Vorbild darstellt. Der Motor mit dem Stangenantrieb ebenfalls sehr exzellent ausgeführt, sodass wir eigentlich jetzt von der Äußerenbewertung sagen können, das ist ein Modell, was den Brava-Leuten wieder sehr gelungen ist, zumindest was die Ausführung erstmal betrifft. Was das Modell im Fahrverhalten macht und kann, das werden wir dann anschließend testen. Bevor wir zum Geschwindigkeitstest kommen und auch zum Zugkrafttest, wollen wir erstmal auf unserem kleinen Gleisowal die Lokomotive nach ihrem Fahrverhalten bewerten. Dabei ist es wichtig, unbedingt nochmal den Modellbahnfreunden hier zu sagen, dass da Mindestradius eingehalten werden muss, nämlich von 192 mm. Wir bewegen uns da ebenfalls sehr grenzlastig, was Sie dann auch gleich im Fahrverhalten der Lokomotive sehen werden. Wir wollen jetzt mal gucken, wie der langsamen Lauf der Maschine ist. Und wir sehen, dass sich sehr weich als Analog-Modell anfährt und auch einen sehr ruhigen Gleichlauf hat. Das ist auf alle Fälle ein Pluspunkt für diese Lokomotive. Ebenfalls im etwas schnelleren Lauf. Die Maschine läuft sehr ruhig, nimmt auch willig die Geschwindigkeitsänderung an. Das typische Kippeln in der Kurve hängt auch mit dem Dreipunktlaufwerk zusammen. Das ist der Kompromiss, den man hier ziehen muss. Hat aber auch was damit zu tun, dass die angetriebenen Achsen und die Vorlaufachse auf ein Drehgestell montiert sind. Und dass, wie gesagt, es wirklich unbedingt darauf zu achten ist, dass die Maschine diesen Mindestradius nicht unterschreiten sollte. So, und wenn wir jetzt das Ganze mal ein bisschen schneller fahren lassen, fällt uns auch wiederum auf, dass die Maschine ruhig und sauber ihre Bahn zieht. Wobei Motor- und Getriebegeräusch doch etwas deutlicher zu hören sind. So, kommen wir jetzt zu unserem Geschwindigkeitstest mit der E77. Da es ein Analogmodell ist, haben wir wieder einen normalen Fahrtrafo angeschlossen mit 15 Volt Maximalspannung und gleichzeitig einen Voltmeter angeschlossen, damit wir entsprechend auch überprüfen können die entsprechenden Geschwindigkeiten. Das heißt also, wir prüfen, mit welcher Geschwindigkeit läuft die Lok an. Was ist die beierzielte Geschwindigkeit? Die mittlere Geschwindigkeit testen wir bei 7,5 Volt und die Höchstgeschwindigkeit bei 15 Volt. Als Messgerät dient uns wieder der Geschwindigkeitsmesser von Märklin. Und dann würde ich also sagen, fangen wir an. Ich lege jetzt Spannung auf das Gleis und wir prüfen als Minimalgeschwindigkeit und welche Geschwindigkeit dabei erzielt wird. Die Maschine läuft bei 4,1 Volt an und erzielt eine Minimalgeschwindigkeit von 3,3 kmh. Das finde ich mal einen ganz ausgezeichneten Wert von dieser Lok. So, wir geben jetzt 7,5 Volt Spannung drauf. So, wir haben jetzt circa 7,5 Volt anliegen. Jawohl. Und schauen mal, welche Geschwindigkeit jetzt erreicht wird. Als mittlere Geschwindigkeit. Bei 7,5 Volt erzielt das Modell eine Geschwindigkeit von 22,6 kmh. So, wir testen jetzt die Höchstgeschwindigkeit bei 15 Volt. Und bei 15 Volt erzielt die Lokomotive eine Geschwindigkeit von 72,4 kmh, was sogar fast exakt dem Vorbild entspricht, denn das Vorbild ist 65 kmh gelaufen. Also, durchaus akzeptables Messergebnis im analogen Bereich. Die immer wieder spannende Frage ist ja, liebe Modellbahnfreunde, was zieht denn unsere Maschine eigentlich auch wirklich weg? Und der Zugkrafttest wird es also an den Tag bringen. Wir haben jetzt 5 Gramm dranhängen und ich denke, mit den 5 Gramm wird die Maschine locker fertig. Wir geben dann mal ein bisschen Strom auf die Schiene, fahren los und stellen fest. Jawohl. Sie schafft es, ohne durchzudrehen der Räder. Gut, 5 Gramm ist ja auch noch nicht wirklich viel. So, wir haben jetzt das Zuggewicht auf 7 Gramm erhöht. In der Hoffnung, dass es die Lokomotive auch schafft. Also, Strom auf die Schiene und gucken, ob die Lokomotive anfährt. Jawohl. Auch das macht sie noch relativ locker, wobei aber auch schon ein kleiner Hang zum Schleudern erkennbar ist. Wir gehen zur nächsten Runde. 7 Gramm hat sie geschafft, wobei da schon ein kleiner Hang zum Schleudern erkennbar war. Also werden wir hier ganz vorsichtig rangehen und haben das Gewicht auf 8 Gramm erhöht. Wir geben wieder etwas Strom auf die Schiene und stellen fest, dass mit 8 Gramm die Lokomotive an ihrer Grenzlast angekommen ist. Wobei die 8 Gramm wirklich die Grenzlast sind und 7 Gramm die Maschine locker schafft. So, liebe Modellbahnfreunde, mit dem Zugkrafttest haben wir unsere Testreihe für die A77 abgeschlossen. Und es bleibt wiederum ein kleines Stückchen Fazit zu ziehen zu diesem Modell. Auf alle Fälle können wir hier schon mal sagen, den braver Leuten ist wieder ein guter Wurf gelungen für diese Lokomotive. Detaillierung, Bedruckung, Ausführung, sehr exzellent, sehr gut gemacht. Was sehr gut war, die exzellenten Langsam-Pfahreigenschaften, die wir ebenfalls gesehen haben, bis hin schließlich der gesamten Laufruhe des Modells, war ebenfalls sehr gut. Ein kleines Manko haben wir natürlich, ein bisschen Getriebegeräusche sind da, ist etwas laut geworden, aber ich denke auch im Laufe der Zeit werden diese Geräusche verschwinden. Der Geschwindigkeitstest, ebenfalls sehr gut erfüllt, in allen Punkten normgerecht. Die Maschine mit den Langsam-Pfahreigenschaften, die langsamste Geschwindigkeit, Sie haben es ebenfalls gesehen, die Maschine läuft da sehr ruhig an. Die mittlere Geschwindigkeit und auch die Höchstgeschwindigkeit liegt im entsprechenden Toleranzbereich. Tja, und zum Schluss natürlich unser Zugkrafttest. Wir hatten es ja schon mal bei einem N-Modell der E44. Da wussten wir nicht so richtig, ob die 8 Gramm gut oder schlecht waren, aber die E77 liegt im gleichen Bereich. Und damit haben wir einen Vergleich zur E44 von Lilliput. Auch die E77 liegt im ähnlichen Zugkraftbereich mit dem Maximum von 8 Gramm. Wobei, wie gesagt, 7 Gramm dann auch das Bessere sind. Ich lege jetzt nochmal die Gewichte hier vor, sodass wir das also nochmal veranschaulichen können. Alles in allem unser Fazit. Ein sehr gelungenes Modell von Brava und ich denke Daumen hoch und Kaufempfehlung. Das ist ein sehr gelungenes Modell von Brava und ich denke Daumen hoch und Kaufempfehlung.